hmm dieses jahr ja meine war letztes jahr ist mein mein ist 2019 sieben jahre geworden und die jetzige die ist ein jahr alt so let's go er reiche einrichtung alpha aus mit euch einsatzteam willkommen bei einrichtung alpha einsatzteam ab an die arbeit legen wir los dieser ort ist die ursache für die ausbrüche die wir erleben gehen wir rein und lösen diesen fall mein team kommt damit klar dr. gray sie werden die gegend erkunden und den eingang finden die maximale munizio dann hat er jetzt eine dna bombel gekriegt ich bleibe ein bisschen bei den anderen ich habe einen anderen bombel gekriegt ich habe einen anderen bombel gekriegt ich habe einen anderen bombel gekriegt und tote bedrohung ausgeschaltet besser die als ich drückt man hier x bei dem fenster wo bist denn du warte mal zu dir guck mal her du siehst mich hier ein bisschen hier geh mal hier ran okay hast du noch nicht geliehen punkte guck mal was ist dann hast du natürlich geschwürdigkeit hier 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 du sitzt da unten im totenkorb, du sitzt da unten im totenkorb, okay der blinkt gerade, da unten gerade blinkt, der ist bissel unten in der mitte so, das ist insta kill genau, jeder ist jetzt weg, ja wenn du ab und zu mal hörst insta kill, da kannst du die einfach nicht schlagen Ich habe ihn nicht verletzt, ich habe ihn nicht verletzt. So, ich hab Blankgranaten. Was ich mich jeher frage, warum interessiert sich die Omega-Kumpel dafür? Was auch immer sie getan haben, hat die Dimensionsrisse verursacht. Wieso sollten sie ein beschissenes Nazi-Experiment wieder aufleben lassen? Sagen wir jetzt mal für Strom. Doppelte Punkte. Herr Doktor, können Sie sagen, was das ist? Was haben wir da vor uns? Ich... ich weiß es nicht. Es ähnelt den Rissen in anderen Ausdruckszonen, aber es ist irgendwie lebendiger. Schöner. Und Dimensionssprung. Yeah! Schöner. Schöner. Wir haben uns die Körbe und die Körbe. Sie sind die Körbe. Ich bin die Körbe. Sie sind die Körbe. Werteilig. Entwartet. auch du musst du die waffen kaufen zwischendurch mal ich kann dir mal zeigen wo am meisten wo du siehst du das ist gerade wo ich bin wo wir vor uns gerade waren auf die felter dass wir kaufen dafür gut weil es ist ab und zu meine wenden waffen gebraucht die karte punkte dafür und die waffen zu kaufen was ist passiert wenn ich das richtig ein ordner ist unser team eben durch das portal wo man mit sich was was gemacht was sind denn die fücher Entschuldigung, wo bist denn du? Soll ich dich mal abholen kann Bist du genau da wo wir gestartet sind? Oh endlich Oh Munition wieder Was sonst hätte ich abgeholt? Was ist das? Insta-Kill Maximale Munition Geriffe eliminiert Du darfst immer noch Hallo Hol die Scheiße Ah ja die Waffe die ich spiele ist extrem op Ich brauche maximal nur zwei Schüsse mit den Viechern hier Das ist richtig krass Eine Schrotflinte, genau was ich brauche Nicht identifizierte Lebensform in ihrer Nähe Heilige Scheiße Wir haben noch nie solche Strangspäte gesehen Schade kommt zu uns Auf den Ding Das Lebewesen hat sich freigeteilt Ein Überlebensmechanismus Wirklicher Reise Tut mir leid Falscher Zeitpunkt Bitte nicht sterben Hol die Kacke Ach die Kacke Fuß weg hier Oh Was ist das? Oh Falscher Bonuspunkte Oh Gott Untoter Pfeil ausgeschaltet oh shit Boah, ich hab's jetzt wiederbelebt. Zum Glück warst du in der Nähe. Oh, jetzt kommt's wieder. Oh, jetzt kommt's wieder. Mitkommen. Scheiße, haben die nicht aufgemacht hier. Oh, jetzt kommt's wieder. Oh, jetzt kommt's wieder. Oh, das ist auf dem Kreuzplatz verlaufen. Ich guck hier lang. Hier sind die anderen. Ja, die anderen. Oh, jetzt kommt's wieder. Oh, jetzt kommt's wieder. Oh, jetzt kommt's wieder. Oh, jetzt kommt's wieder. hab dich wieder zusammengeflickt verpasst ich melde mich wenn das nächste verfügbar ist ich brauche munition Achtung Hunde ich hab kein Geld mehr da haben die die Fransch so wappen schocken einfach immer Oh, 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 oh. Ich hoffe, da komme ich jetzt nicht so schnell. Warte ganz kurz. Oh Gott, nein. Steiner Umblick, ich komme sofort. Ja? Oh Gott. Ach du hast das gerade erlebt, was ich gerade aufgehoben habe. Oh shit. Oh shit. Ich kann nichts machen, ich habe keine Munition. Ich bin verwundet. Genau jetzt kommt Munition. Das ist doch eine Verarsche. X. X. Das wirst du nicht sterben? Das ist die Marke. Genau jetzt. Genau jetzt. Willst du mich verarschen? Aber danke schön. Aber es sah geil aus dem Move, ich mich gerettet habe. Hahahaha. Holt mir in ihre Seelen. Dreizehnter Welle. Nämlich. Wenn ich einen ann- 还是ynner. Du kannst mir nicht Action. X. Oder. Wer Sven. Ich brauche dir Hilfe! Zu knapp für meinen Geschmack. Kaboom! Ich brauche medizinische Hilfe, sofort! Das ist ein Nachteil, weil wir einfach getrückt sind. Tschüssi, ich bin gleich in Schnummerland. So bis gleich, hau rein! Besser dir als ich! Platz! Das war's für dich! Am ersten, dass Zombie-Modus ein Ansatz viel lieber ist als online. Der Trottel macht es mir auch zu leicht. Der Trottel macht es mir auch zu leicht. Das waren alle Zombie-Modus. Das ist dann oben über die... Zum Beispiel jetzt. Ne, die Runde geht weiter. Ich bin nur noch ein bisschen. 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 Schade, 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 schade. Wir sind weit gekommen. GT an den einen. Willst du noch eine Runde?